Okay Leute, was geht? Willkommen. Es ist ein grandioser Sommertag. Wir haben mal wieder gefühlt 30 Grad. Alter, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie sehr ich am Schwitzen bin. So, ich bin natürlich letztens nochmal die Kommentare durchgegangen und habe gesehen, dass ihr gefragt habt, was mit Joy ist. Joy habe ich hierher bestellt und zwar hat Joy einen Lieblings... Jetzt hätte ich hier angerufen. Oder auch nicht, okay. Ich habe Joy irgendwann mal gefragt gehabt, was denn ihr Lieblingsauto ist. Und zwar ist es ein Nissan GT-R und ich habe gesehen, dass ein Nissan GT-R hier in Krefeld verkauft wird. Den werden wir uns einfach mal angucken. Der ist zwar ein bisschen über unserer Preisklasse. Ich glaube, der kostet 138 K. Okay, alles klar. Mit Poli sogar. Ist der nicht warm? Ich bin so schön am Schwitzen. Ich bin auch am Schwitzen. Ich auch. Aber ich war mal Bodybuilder und ich habe immer noch ein bisschen Muskeln davon. Weißt du, was wir heute machen werden? Wir werden zu einem Autohändler fahren. Das wirst du sehr gut finden. Echt? Ja, weißt du welches? GT-R. Ne. Dann nicht. Ich höre dich nicht. Ja, aber es ist an. Ja. Echt? Ja. Was sagst du hier? Hä? Es geht hier irgendwie nicht an bei mir. Was? Weißt du welches? Und wie gut hörst du mich auf einer Skala von 1 bis 10? Ja, jetzt höre ich dich endlich mal gut. Oh mein Gott, bist du laut. Ich höre dich endlich mal gut. Haben sie mich vermisst? Das reicht. Ist so warm. Ja, mir ist es auch warm. Siehst du auch einen Pulli, anzuh den doch aus. Aber du willst hier representen, ne? Okay, ausziehen. Ich weiß nicht, ob ich den ausbekommen, du musst mir helfen beim Ausziehen. Zufällig bin ich Experte auf diesem Gebiet. Senorita. Du siehst aus wie so eine Ritterin. Sonst hättest du so einen Ritteranzug. Hier ist mein Führerschein, mein Handy, mein... Hier rein. Ah, ihr habt immer so Taschen. Das ist nicht mal eine Tasche. Das ist immer so. Warum denkst du? Hä? Ich dachte, die sind immer nur klein. Da ist so eine kleine hier. Ja, dann mach doch da rein. Das Handy. Wolltest du mich berühren, oder? Komm mal gerade. Ich will mal unseren Bräunungsunterschied kurz... Nee, will ich aber nicht. Doch, warum nicht? Dann zählt nur Bauch. Der ist braun. Oha, ich bin brauner als du. Das stimmt gar nicht. Doch. Ich hab nur Schützer dran. Das stimmt doch gar nicht. Hä, doch. Wo sind deine spanischen Gene, hä? Hä, das stimmt doch. Was, Larus, du für eine Scheiße. Hier sind die spanischen Gene. Das sind die Kartoffel-Gene. Was heißt Vater auf Spanisch? Padre. Hä, das klingt irgendwie nicht so cool. Kann ich auch Papi nennen. Tu Papi, mon neño. Dann bist du Senorita. Check auf Snapchat, was du machst. Was du machst. Ich finde, ich kann es besser. Ich weiß nicht, wie der Text geht. Aber ich kann es trotzdem besser. Ähm. Ah. Olo. Olo. Was knallt denn hier so ganze Zeit? Ach, das ist der Typ hier. Was macht der? Nochmal, peng. Komm. Sag doch, dass ich den Blinker an habe. Du hast den Blinker an. Ja, jetzt ist er aus. Jetzt habe ich ihn nicht mehr an. Jetzt hast du den Blinker nicht mehr an. Und sonst bist du auch so eine gute Hilfe, oder? Ja. Steh ich jetzt nicht. Du, und nächstes Mal fahre ich dir? Der hat einfach die Vorfahrt genommen. Ja, ja. Jetzt muss ich mich aufdenken, weil ich bin ja Deutsch. Ich kann mir Kartoffel-Gene. Kennst du das? Wenn sich Leute so die Hand geben, oder beziehungsweise nicht wissen, ob sie sich jetzt Hand geben sollen, ob sie sich umarmen sollen, ob sie sich die Faust geben sollen. Das tut oft, wenn so Leute zu mir kommen und mich erkennen, ne? Dann kommen die so im letzten Moment, dann mache ich so. Ich mache meistens so auf Chillic halt. Die wollen dann Hand geben und dann... Okay, Joycey. Hä, warum hast du denn Nein gesagt? Was Nein? Hä, hieß doch Nissan. Ja, wir gehen doch nicht zu Nissan, sondern zu Alpha Romeo. Findest du Alpha auch cool, oder nicht so? Bitte nehmen sie die Hand und steigen ab. Aber das hat mir richtig geholfen, jetzt deine Hand. Dankeschön. Was ist jetzt ernst gemeint? Was denn? Also gehen wir jetzt wirklich dann? Ja? Achso, okay. Soll ich meinen Helm auch anlassen? Überfall. Bonnier und Kleid. Das funktioniert bei mir eigentlich ganz gut. Oh ja. Weißt du, wie du aussiehst? Kennst du so Online-Games, wo du so einen Charakter spielst? Nee, ich kenne es nicht. Noch nie gespielt. Ja, ich auch nicht. Ich kenne es online. Ich kenne es auch nicht. Nee, aber da gibt es so Charaktere, ne? Und wenn die so die krasseste Rüstung haben, dann ist das immer so eine Rüstung, die eigentlich keine Rüstung ist, weißt du, so bei Mädels oder so. Ja. Und so sieht das bei dir auch aus. Echt? Also, wenn wir gleich da reingehen, hier bei Alfa Romeo. Nein. Nein, spürst du, wir gehen zu Nissan. Also hast du gedacht, wir gehen erst da rein oder nicht? Ich habe kurz gedacht, war enttäuscht, aber habe es gedacht. Ich frage jetzt erst mal auf, korrekt. Nee, also Jungs, wir dürfen jetzt hier drin filmen, alles gecheckt. Das ist ja dein Lieblingsauto, ne? Steht hier ein Preis. Wo? Bist du blind? Ach, da. Das ist, glaube ich, nicht der, den ich rausgesucht habe. Ja, ja, den wir uns natürlich kaufen werden. Ah, ja. Nein, ich schwör's dir? Irgendwann fahren wir einfach mal mit dem M4 ein bisschen rum, okay? M4 ist auch cool, oder? Ja. Ja. Vielleicht darfst du dich da mal gleich reinsetzen. Saß du schon mal an dem GTR? Nee, noch nie. Echt? Das klären wir für dich, okay? Und dann. Echt? Dankeschön. Komm, du musst jetzt gucken, wie die Tür aufgeht. Was guckst du mich so an? Ich weiß es doch auch nicht. Na doch. Alter, das sieht aus, als hättest du den von deinen Eltern geklaut. Aber das ist nicht eingestellt. Ja, dann stell den doch mal ein, als würdest du den Rennen fahren. Du musst ja auch so dieses richtige Feeling haben, weißt du? Zehn Jahre später, Joy fährt immer noch nach vorne. Ich weiß schon, wie anders funktioniert das für mich. Hast du aufgemacht? Ja. Geil. So. Auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite auch. Äh, Motorradvideos eigentlich. Und äh, ich hab mal gehört, dass hier Traumwagen GTR ist. Dann hab ich mal geguckt, wo es welche gibt. Zufälligerweise stand hier ein schöner. Das ist der Nissan Experte hier im Haus. Ah, okay, ja. Ja, vielleicht sprechen wir uns ja nochmal ein paar Jährchen, ne? Wenn YouTube dann richtig meine Bier. Also wenn ihr mal Probefahrten anbietet, ne? Okay, schönen Feierabend. Hast du's gemerkt? Ich so, ja, wenn ihr mal ne Probefahrt anbietet, dann melde euch diese... Weißt du, was wir jetzt machen werden? Zieh mich bitte nicht. Du hast mich nicht ziehen. Wir werden jetzt, äh, Erdbeeren pflücken gehen. Wirklich? Ja. Jetzt wirklich? Voll geil, oder? Hä, wie kommst du denn auf die Idee? Das letzte Mal hab ich das, als ich so ein kleiner Stöpsel war gemacht, da hab ich da mir die leckersten Erdberries rausgepflückt. Hä, wie cool ist das denn? Hä, wirklich? Ja, ja, sicher. Hä, wie cool ist das denn? Denkst du wirklich, geh Erdbeeren pflücken? Aber ich hab was anderes Geiles. Wir haben gedacht, wir pflücken jetzt Erdbeeren. Ja, wirklich. Wir gehen wirklich auf Erdbeeren pflücken. Hey, bei Maurice, Mann. Lass den Scheiß, das rückt doch nicht in meinen Kopf. Guck mal. So ein kleines... Ey. Soll ich was zu trinken holen? Eigentlich nur für 17 Euro teilen. Ich hab ne Idee, Joel. Guck mal an mit Onlyfans, okay? Ja. Echt? Ja. Wer macht die Bilder? Ich dachte, du. Perfekt. Der Dickreich ist auch... Da, ja. Ich hab nicht gedacht, dass das funktioniert. Okay, mach mal. Ach Gottchen. Ist mir auch rechts? Ey, die hat was verloren. Ich muss sie hier bringen. Spreng's dir mal. Lass sie aufhalten. Na, ich hol die jetzt. Okay, mach. Entschuldigung, sie haben was verloren. Kein Problem. Pass auf, dass David das nicht für seine Videos benutzt. Jetzt kommen wieder die Kommentare. Geil, geil geschauspielert. Ja. Da war, und auf Instagram hat das so jemand hochgelandet. Dann war da so ein Kommentar mit 10.000 Likes. Geschichten aus dem Paulanagern. Na, Junge, wie dumm kann man sein? Hä, krass, als ob. Oh, da sind ganz viele Menschen im Umfeld. Da sind gerade auch ein bisschen Erdbeeren. So, wir müssen jetzt hier nur irgendwo parken. Wir müssen jetzt erstmal gucken, ob die auch gut sind. Jetzt musst du die essen. Aber doch nicht mit dem Stiel. Ja, du musst doch reinbeißen. Du lässt die Hälfte einfach dran, okay? Boah, die sind so lecker. Echt? Ja. Wir müssen drehen. Ich kann doch nicht. Verdammte Scheiße. Komm, hier links ab, ich glaube, das ist grün. So, hier müssen wir jetzt drehen. Ganz weite Chore. Ich sperr kurz hier die Straße ab, okay? Achtung, Joy kommt. Weißt du, was David Boss jetzt machen würde? Diese Erdbeere ist so süß wie du. Mhm. Die sind echt gut. Also, wir sind fertig hier mit Erdbeeren flücken. Unsere Hände sind ein bisschen... Du kannst bei mir einfach direkt weitermachen. Okay, Mädels. Das war Erdbeeren flücken mit Joycy. Ist ein bisschen schlecht. Hallo? Jetzt höre ich dich. Sag mal tschüss. Tschüss.